Der große 208-teilige Bitsatz hier ist sowohl für Hand- bzw. Maschinenbetätigung geeignet und den Inhalt, den schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Als Antrieb sind im Satz enthalten einmal ein Schraubendreher mit Bitaufnahme, magnetisch, sowie ein Schnellwechselbithalter, auch magnetisch für Maschinenbetätigung. Alle Steckplätze im stabilen Kunststoffkoffer sind markiert, somit weiß ich auch später wo die Bits hingehören und im Schnelldurchlauf schauen wir uns das jetzt mal an. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.